Willkommen zurück bei The Forest, oder soll ich eher sagen The Laboratory, oder wie auch immer? Hallo! Und wie versprochen, jetzt machen wir das Ding mal auf. Was tut's? Ist da unten vielleicht noch was? Nein. Ich mach's jetzt auf, komm. 3, 2, 1. Ja! Ist das irgendwas drin? Das ist nämlich Jimmy, glaub ich. Doch, das ist Timmy. Hey, Jimmy. Ich sehe, dass es Timmy ist. So wie du dich benimmst schon? Alter, keiner sagt was. Alter, wurde ich nicht aufgespießt da drin, oder was? Ja. Alter. Ach, kannst du, spielst du wieder? Trägst du den? Nee, ich spiel... Ja, ich trag ihn da. Aber du spielst nicht, oder? Ist das alles jetzt gezielt? Ja, das ist Cuts. Siehst du es auch? Ja, ja, ich kann dir nur zugucken halt. Aus meiner Perspektive halt. Ach so. Ganz normal. Ich kann mich noch frei bewegen. Ich tue mir jetzt grad einen Roboter hin. Ja. Ja. Bei mir tust du die um seine Arme zusammen. Weißt du so, an deinem Körper. Jetzt guckst du auf den Computer, hast den Ding im Arm und überlegst grad, willst du es anschließen? Sind wir gleich auf oder versetzt? Ja, jetzt tue ich ihn grad anstecken. Jetzt holst du das andere, steckst es an. Ja. Bis nächstes, steckst es an. Jetzt holst du vom Boden, steckst es an. Ist bei dir grad am so lustig? Wir haben das gerade für die dramatische Musik. Nee, bei mir nicht. Was warst du jetzt? Oh, du hast die Leitung. Ähm, was jetzt? Was? To-Do-Liste. Der hat sein Spielzeug wieder in der Hand. Ja, klar. Find a new Sub-Create. Ah, wir müssen jetzt ein neues... Wir müssen jetzt irgendwie jemanden reinhauen. Und dann... Können wir den vielleicht wieder zum Leben erwecken. Magst du reingehen, freiwillig? Geht gar nicht. Ah, okay. Wir müssen jetzt irgendein lebendiges Kind. Oder einen Eingeborenen. Ja. Aber da kommen wir jetzt auch nicht rein, ne? Nee. Ich glaub, hier ist es auch schon zu Ende vielleicht. Meinst du, dass es hier für die... Ah! Hier geht's weiter. Hallo. Das ging vorher nicht auf. No. Okay. Aber jetzt kommen wir doch gewaltig zum Ende hin, ne? Wenn wir jetzt nur mal jemanden finden, den wir opfern können. Das sah irgendwie pervers aus. Von hier so. So, hier so. Ja. Denkst du dir ja schon so zu machen. Ja, schon langsam kommen wir schon zum Ende, falls es ein Ende gibt, ne? Weil man es da... Da hinten ist wer, oder... Ah, da ist ein... Ah. Da geht's nicht weiter. Ja, aber töten, wie... Wie darf man das töten, oder nicht? Oder... Ah, warte, wir sind... Nein, nicht angreifen. Wir haben doch Farbe. Jetzt greift es natürlich an, das ist jetzt schon angegriffen. Obwohl? Nee. Kann man die irgendwie hinlocken, oder so? Stimmt. Was? Gehen wir mal zurück. Das ist lustig, ich glaub wir... Das ist lustig, ich glaub wir... Ey. Komm. Komm. Vielleicht können wir uns da irgendwie... Vielleicht werden es jetzt automatisch in Geräten. Ach, die Tür öffnet sich grad nicht. Geh hinter der Tür. Ich kann mir... Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaub wir müssen hier die Spur folgen. Die Blutspur. Ich kill ihm jetzt zu. Guck mal, da ist noch eine Blutspur am Boden. Mit Fußabdecken. Ja, warte mal. Ich probier's mir was aus. Ich nehm die Leiche von ihm. Warte mal. Ich töte dabei den anderen. Ich war... Äh, soll ich auf dich warten? Ja. Warte mal kurz auf dich. Wie geht's? Oder wie? Bevor ich da jetzt was reinwerf. Geht's. Hast du auf die Uhr geguckt übrigens? Ja. Nee, okay. Da kann ich nix dran essen. Ja, ja, komm. Achso, ja, gut. Dann... Ja. Blutspur folgen. Alter, muss ich was essen? Warte, ich brauch' ich was zum Essen. Hier ist Geld wieder. Ist lustig. Geht's denn hier auch noch weiter? Ja, ich würd's auch weiter gehen. Ja, ich würd's auch weiter gehen. Ja, ich würd erstmal hier reingucken, wo die Blutspur hinfüllen. Ach, die endet hier einfach. Ne, da ist wieder. Zum Hinsetzen. 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 Geld. Geld. Wo bist du? Ach da, hinter mir. Lefter. Kaffee. Ah, Kaffee trinken. Ich mein's aber auch ein bisschen was zur Abwechslung anstatt immer dieses Regenwasser. Ah ja. Hier kann man aber auch... Oh, ich war schon wieder Babys. Echt ich nicht. Ja, aber laufen wir jetzt hier lang oder hinten durch die Tür? Nein, ich geh mal hier rein. Medizin. Alter, viel Medizin hier. Viel Medizin, oh Gott. Ja, wahrscheinlich ist das so ein Medizinding. Kann ich überhaupt nicht alles mitnehmen hier. Das wär so ein schöner Vorratsrad. So ein schöner Vorrat, den wir mitnehmen. Hier geht halt die Blutspur weiter. Ja, ich würd mal da hinten reingehen. Ja, weil ich glaub, Blutspur ist halt der richtige Weg. Wahrscheinlich ist das dann irgendwann mal wieder der gleiche Weg, der zusammenkommt. Hier ist nichts, was ist da drauf? Auch nichts. Ist sogar nur der größere Auge, oder? Nicht kaputt machen, da ist nochmal Wasser. Nochmal Kaffee, nochmal Kaffee. Einfach trinken, trinken, trinken. Alkohol, Alkohol. Weil er so viele Laptops hier kann. Ja, war ein Labor halt, ne? Ah ne, jetzt sind wir hier, passt schon. Alles gut. Ah, hier können wir schlafen, speichern. Ah ne, speichern nicht, nur schlafen. Ne, schlafen bringt das ja nix. Ja, das bringt das nicht grad viel. Ja, da hast du noch was mitnehmen? Ah ja. Daddy. Oh, das sieht aber nicht freundlich aus. Ne. Du leuchtest. Ach, unser Feuerzeug, cool, dass das reflektiert, hier überall Boden und so. Geil. Ja. Oh, Halleluja. Ach du Scheiße, was zum... Alter, schau mal unter uns, da ist Glas. Da ist die... Da ist die Höhle, wo wir durchgegangen sind. Ich trau mich grad nicht drauf zu gehen. Doch, das reflektiert, das muss Glas... Oh, Alter, das ist voll uncool, wenn man da umgeht. Das ist aber nicht unsere Höhle, ne. Niemals. Das ist doch die Höhle, wo wir durchgegangen sind wahrscheinlich. Doch, das ist wahrscheinlich die Höhle. Und darum war das Dachdauer in der Höhle vielleicht dieses komische blaue Licht. Vielleicht von hier oben. Alter, aber... Ja, aber wie ich... Jetzt wär uns auch aufgefallen, wenn da oben einfach mal Glas wär. Oder meinst du, das ist so ein, äh... Ja, ich glaub nicht, dass man da das vielleicht von unten sieht. Krass, Alter. Okay, ich möchte ein bisschen was ablaufen und nicht, dass wir da irgendwas verpassen. Das ist so krass, ey. Das ist das eigentlich nie erwartet, sowas von dem Spiel. Auch nicht. Krass. Ach, komm ich nicht hoch. Warte, ich geh mir hier außen rum. Aber wie ist das denn hier so eine riesige Halle, ey? Damit's einfach spektakulär aussieht. Ja, wow! Hä? Da ist ein Kind. Ich glaub, ich hab die Serie gefunden. Bei mir ist grad ne Zwischensequenz. Nein, ich will zugucken. Was? Wieso? Nein, wieso? Ich mach zugucken. Scheiße, ich komm da nicht hoch. Ich muss außen rumrennen. Warum bist du da hochgerannt? Ja, das ist die. Ah, die ist voller Blut. Ich hör die Musik jetzt aber auch. Ähm. Uff, okay. Flugzeugabstütz. Ach, das ist ne Sie. Ja. Zeigt auf mich. Äh, hat die. Ach, das ist die mit den Daddy-Bildern. Äh. Äh. Vielleicht wirklich grad zu sein. Ja. 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 Oh Gott. Äh. Wie geht's? Wie geht's? Was kommt da... Was zum... Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ähm. WTF? 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 Was zum Teufel ist das? Ich dachte schon, du stirbst jetzt. Was ist das denn für ein Kick? Die Musik ist geil. Ja. Das machst du schon. Ich gucke mal nochmal kurz um, ne? Hehehe. 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 Müssen wir das töten, oder? Warte! Nimm ne Bombe und schmeiß dich aufs Glas, wenn er auf dem Glas ist. Lock's aufs Glas und dann... Okay, es passiert nichts. Oh! Warte ich kurz kurz, dass du eine Bombe drauf hast. Äh, 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 äh. Entschuldigung. Warte ich kurz kurz. Sehr gebot. Ey, das ist grad so laut bei mir. Du hast dich schon abgelenkt. Ähm, werfen wir uns nicht? Ich sehe jetzt auch nicht los. Ich gucke dir! Woh! Ach nee, es ist zu dir. Guck mal, werfen wir uns. Wie kann ich jetzt irgendwelchen grozes fetten Videos aus dem kleinen Awakentil rauskommen? Oh, was macht das jetzt? Äh... Ich hau einfach auf?! Ach du scheiß Hau prompts. Oh mein Gott, wo ist denn du? Ich treffs oft, ich treffs öfter. Au! Ich weiß nur nicht, wieviel Schaden ich mach. Ich brauch kurz Medik. Ich brauch kurz Ausdauer. Oh, ich bin tot. Geht das oft nicht so? Au! Wart längst mal kurz ab, ich muss mal ganz kurz. Ja super, ich brauch Ausdauer. Ah, Schlehrgang! Ja, wir brauchen das Kind, denk dran. Ey, das Kind ist so schlimmst du. Ey, das hängt doch, ziehst du das nicht? Das Teil ist aus, das Kind kommt raus. Oh shit, oh shit. Oh shit, ich bin tot. Nein! Mit einem Schwung, längst einfach ab und dann komm grad schnell zu mir so. Laufen bist du? Nein! Du bist nicht auch tot. Nein, das war knapp. Aber ich war kürzlich vor dich, wie du's überleben hast. Ja, passt. Ich lebe wieder. Wo ist jetzt hin? Medik? Komm her! Ich probier's jetzt auch mal mit der Flair. Ich mag aber eigentlich nicht so richtig gut. Ach, näher. Okay. Interessant. Also, ist das der Bosskampf oder wie jetzt so ne Art? Oh nein, Babys! Oh, wie jetzt her? Scheiße, ich hab keine Flair. Ich muss immer ganz schnell in den Kopf kommen. Au! Scheiß Babys. Juuu! Nein! Nein, jetzt! Alter! Diese Schnauze! Wow! Das ist schnauze. Das ist ein Baby. Ich töte das Baby schnell. Das sind mehr Babys. Ja, ich habe auch fast alle getötet jetzt. Nur noch eins. Warte, ist das nicht los. Nee, da ist noch ein Baby. Hä, lol! Die kommen immer wieder, die Babys. Ja. Ja. Oh Gott. Ey, ich... Oh, ich bin nicht los. Ich muss immer schnell ein Snack essen. Ist es tot? Ja. Und die Musik einfach, bumm, vorbei. Ach, guck mal, da ist das... Hä, ich kann das Kind nehmen. Nehm's mal. Das ist überhaupt das überlebte Tod. Hä, ich seh's nicht. Ah, guck mal, ich seh's. Ach, cool. Und jetzt... Ah! Ich glaube, ich muss das doch jetzt wieder in das Ding da reinpacken. Wahrscheinlich. Das Kind jetzt dort hinten rein... Hä, nicht da. Ja, ich... Ich... Ich schau mal ein bisschen rum. Ne, da war nichts. Da hab ich schon geguckt, als ich es angehaben, wo ich gesagt habe. Das schaffst du schon. Ich guck mich noch ein bisschen um. Da war nichts. Okay, dann zurück und in das Teil reinhauen. Interessant. Mir fällt grad ein geiler Gliffhanger ein. Hahaha. Ist du soweit? Ja, ich glaube, wenn wir jetzt dann dort sind, das... Das Kind ist in so einer Folie irgendwie drin. Ne, ich weiß ja nicht. Ich... Warte, Alter, wie viel Ausdauer hast du eigentlich immer? Du rennst mir immer so dermaßen davon? Ich komm gar nicht hinterher. Ja. Was kannst du eigentlich? Du hast doch keine Ausdauer eigentlich. Du hast doch auch die ganze Zeit Kaffee getrunken und so. Ja, ich hab schon Ausdauer. Aber die geht ja trotzdem runter, weißt du? So nach... Zeit. Wenn du immer kämpfst und rennst und sprintest. So, hier sind wir. Alter, es ist ja alles dunkel, Mann. Warum ist jetzt alles dunkel? Und? Ja, ich könnte jetzt was reinlegen. Okay, dann... Aber weil die Zeit sagt... Time to say goodbye. Time to say goodbye. Dann sieht man sich... In der nächsten Folge wieder. Goodbye, tschüss. Tschüss.